Ich kann nichts mehr sehen. Was ist los? Oft, wenn man sich zu sehr in der Materie vertieft, wird man blind. Blind für alles, was links und rechts passiert. Vor allem passiert es dann, wenn man ein Genius findet, das man sehr, sehr cool findet, sehr, sehr beeindruckend, atemberaubend findet. Und heute möchte ich darüber sprechen, wie blind man oft sein kann für alles, was so drumherum passiert. Warum man darauf achten sollte, wenn man sich Idole nimmt, auch wenn man Gurus sich anschaut, zu Seminaren geht und ein Verhalten immer wieder beobachte und auch was du dagegen tun kannst, wenn es dir passiert. Im NLP geht es hier um Modeling of Excellence. Das ist ein guter Grundgedanke. Und oft, wenn ich Seminare sehe, und ich glaube, Tony Robbins ist da ein super Beispiel, den liebt man ja entweder, oder man hasst ihn. Okay, hasst es nicht so tragisch, weil dann weiß man ja, okay, ich habe mit mir nichts zu tun und mag ich eh nicht. Aber lieben ist immer so eine Gefahr, weil manche schwärmen ja richtig von ihm und finden den so toll. Und allein, wenn man sich überlegt, Tony Robbins verkauft Coachings eine Stunde für eine Million Dollar. Und du wartest darauf teilweise zwei Jahre lang. Jetzt kann man sich vorstellen, wie viel manche Menschen bereit sind zu tun, um den einmal zu sehen und zu erleben und von ihm mal gecoacht zu werden. Als professioneller Coach weiß ich, eine Stunde könnte ein bisschen knapp werden für eine Veränderung des Lebens. Manche sagen dann wieder, der hat eine Sache gesagt, hat alles verändert. Ja klar, wenn ich ein Million Euro zahlen würde oder Dollar, würde ich auch alles sehr ernst nehmen, was die Person sagt. Aber die Gefahr ist ja dabei, dass wir blind darauf vertrauen, dass was die Person sagen oder die Person in dem Fall sagt, auch wahr ist. Und man darf nie vergessen, dass die Person immer aus ihrer eigenen Welt heraus sprechen. Und man kennt das ja. Man ist Fan von etwas, man begibt sich in den Kontext hinein, man denkt sich, das ist cool. Und plötzlich verschwimmt so ein bisschen das kritische Denken mit der Begeisterung. Und ich habe mal eine Situation erlebt, die für mich sehr, sehr schwierig war, in einem Seminar, das ich besucht habe. Das war so ein Lehrgang und da hat eine Person zu dem Trainer damals gesagt, Name, Beistrich, du bist so perfekt und wenn ich dich anschaue, dann bin ich immer so beeindruckt, wie du Dinge löst. Ich wäre auch gern so wie du. Und dieser Satz hat alle Alarmglocken in mir hochschrien lassen, weil ich persönlich finde, dass es genau darum nicht geht. Ich habe dir erzählt, dass ich sehr viel Zeit mit John Grinder verbracht habe und ihn wirklich toll finde, immer noch toll finde. Jemanden toll zu finden, von jemandem lernen zu wollen, heißt nicht, jemandem blind zu vertrauen. Weil ich ganz genau weiß, dass John Grinder auch eine eigene Vergangenheit hat, eigene Filter hat, eigene Themen hat. Ich habe durch die viele Zeit, die ich verbracht habe, ganz, ganz viel im Hintergrund beobachtet, wo ich sage, damit würde ich nicht übereinstimmen. Manche Interventionen, die John Grinder setzen würde, manche Ideen, wie er an Dinge rangeht, manchmal auch das Thema, wie er Menschen behandelt, ist nicht in meinem Wertekonstrukt. Ist es schlecht, ist einfach sein Zugang dazu. Was ich aber weiß, ist, dass ich nicht so sein möchte wie John Grinder. Ich möchte manche Dinge können, die John Grinder kann. Ich möchte manche Fähigkeiten an, ich möchte vielleicht manche Denkmuster herausfinden und mir aneignen. Aber ich möchte nicht so sein, wie er ist. Und das, was viele Menschen vertauschen, ist dieses Thema, ich möchte lernen von dir oder ich möchte so sein wie du. Und dann beginnt eben diese blinde Followerschaft. Im Extremen, und das ist natürlich jetzt Gott sei Dank bei uns nicht so das Thema, aber wir alle kennen ja diese Beispiele von Menschen, die ihr komplettes Hab und Gut für eine Sache opfern, weil irgendjemand sagt, tu das, das ist das Beste. Man kennt das auch aus Sekten zum Beispiel, wo das auch gefordert wird, wo dann Menschen die wildesten Dinge tun. Es gibt ja Geschichten, wo irgendein Anführer gesagt hat, alle müssen sich jetzt umbringen und dann haben die das alle gemacht. Also das ist ein Extrembeispiel, aber ich glaube, aus Extremen kann man auch ganz viel lernen. Und das nur, weil die halt an die Idee geglaubt haben und das Menschen halt blind vertraut haben. Ich finde blindes Vertrauen ist immer schlecht, weil wir finden im Moment, wo kritischer Verstand und kritisches Denken sich verabschieden, ist höchste Vorsicht geboten. Deshalb sage ich immer in unseren Seminaren, hey, sei kritisch. Wenn ich etwas sage, ich als Mario, wo du dir sofort denkst, das stimmt für mich nicht, dann sei kritisch und hinterfrage. Stell eine Gegenfrage. Challenge mich. Das ist ganz, ganz wichtig, weil woher sollst du denn sonst dich abtasten können, verstehen können, wie meine ich es wirklich, weil man sagt ja oft Sachen aus einer gewissen Haltung heraus, die die andere Person vielleicht gar nicht so greifen kann, weil sie eine andere Haltung hat. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die kritisch denken, weiterkommen, weil sie einfach das, was sie wahrnehmen von außen, was sie aufnehmen, mit dem kritisch hinterfragen und evaluieren mit ihrer eigenen Welt. Kritisch hinterfragen, ganz, ganz wichtig, heißt aber nicht etwas verneinen. Ganz, ganz wichtig. Ich bin ein sehr kritischer Mensch, bin trotzdem überall dabei, weil ich beim überall dabei sein und beim Dinge ausprobieren und neugierig sein sehr wohl die Grenzen ausloten kann und sagen kann, das finde ich cool, da bin ich dabei. Da weiß ich nicht so ganz, habe Angst davor, mache es trotzdem. Und das widerspricht definitiv meinen Werten, da mache ich nicht mit. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Und da gibt es auch eine Anekdote von Milton E. Erickson. Und zwar Milton E. Erickson, eines Tages, als er mit Ben Longrinder gearbeitet hat, wollte er ihnen die Betty E. Erickson Induktionstechnik zeigen. Und Milton E. Erickson hat in seinem Haus in Phoenix, Arizona zwei Häuser, also sein Grundstück zwei Häuser. Eines war das Therapiehaus und eines war das Familienhaus. Und Betty E. Erickson war natürlich nicht nur Milton E. Erickson's Frau, sondern sie war auch Hausfrau und hat gekocht und auf die Kinder aufgepasst. Und eines Tages reden die beiden halt über die Betty E. Erickson Induktionstechnik, weil die halt auch eigene Technik erfunden hat, wie er Menschen in Hypnose bringt. Und ruft eben mit seinem Telefon im Haupthaus an und sagt, Betty, come over here. Und die Betty ist dann rübergekommen und hat ihre Kochschürze angehabt und war gerade dabei, so einen Eintopf zuzubereiten. Und Milton E. Erickson sagt dann so zu Betty, Betty, show them the Betty E. Erickson Induktionstechnik. Also zeige ihnen deine Induktionsmethode. Und die Betty sagt dann so drauf, du, es tut mir leid, ich koche gerade und brennt drüben mit der Eintopf an. Ihr wollt es ja auch danach essen. Ich kann jetzt nicht, aber vielleicht später. In dem Moment hat Milton E. Erickson so ein bisschen an seinem Ehringen gedreht, so wie ein Anker fast ausgelöst. Und Pendler und Rinder haben beschrieben, dass Betty E. Erickson wie ausgewechselt war, sich hingesetzt hat, ihnen die Technik gezeigt hat, währenddessen drüben der Eintopf angebrannt ist. Und das ist halt schon ein krasses Beispiel dafür und wer weiß, ob es stimmt, diese Geschichte. Ich finde die Story trotzdem sehr genial, einfach um aufzuzeigen, dass ein Mensch in einem Bereich sehr genial sein kann, in anderen Bereichen einfach seine Defizite aufweisen kann. Im Umgang mit Menschen, in der Art und Weise, wie man eine Ehe führt. Weil er hat ja auch immer wieder mal gesagt, dass Milton E. Erickson auch eine sehr schlechte Beziehung zu seinen Kindern hatte. Auch das sagt er vieles aus. Und da hat John Grinder gesagt, ich möchte von Milton E. Erickson lernen, wie er Hypnose macht. Ich möchte lernen, wie er Menschen therapiert. Und das ist alles, was ich lernen möchte von ihm. Und was das bedeutet ist, dass wir in dem Moment ganz klare Filter setzen. Und darum geht es. Und das möchte ich dir jetzt einfach zeigen, das ist im Modeling wichtig, aber auch im Leben wichtig, dass wir ganz klare Filter setzen, wo wir sagen, so weit, das kommt rein und das nicht. Filter setzen heißt auch Nein sagen. Auch Nein sagen heißt Persönlichkeitsentwicklung. Wenn im Außen etwas passiert, wo ich nicht dahinterstehen kann, dann sage ich Nein dazu. Persönlichkeitsentwicklung heißt auch sich abgrenzen, weil ich kann ja nur wissen, wer bin ich, wenn ich auch weiß, wer bin ich nicht. Und deshalb ist es im Modeling, wenn du ein Genius beobachtest, ganz wichtig, dir auch zu überlegen, was möchte ich nicht von dieser Person lernen. Aber auch im Leben ist es wichtig, zu definieren, was möchte ich nicht. Wo setzt du deine natürlichen Filter, natürlichen Grenzen, wo überschreiten Menschen diese Grenzen, wo dringen sie durch die Filter durch, wo fällt es dir eh schon länger auf. Und du möchtest das eh nicht, aber lässt es einfach immer zu. Weil ich kann das sagen, je mehr du Menschen diese Filter durchdringen lässt, die Grenzen überschreiten lässt, desto mehr untergräbst du deine Persönlichkeit, desto mehr wird es dazu führen, dass du dich nicht in dem Ausmaß entwickeln kannst, wie du das möchtest, desto weniger Selbstvertrauen wirst du aufbauen können, weil du ja ständig von anderen Menschen über die Grenzen gebracht wirst. Nämlich nicht über ihre, sondern über deine eigenen Grenzen im negativen Sinne gebracht wirst. Und das möchte man verhindern. Dementsprechend setze klare Filter, setze klare Grenzen und überlege dir ganz bewusst, was bleibt draußen, was darf rein und wann fallen darf was rein. Was auf jeden Fall rein darf, ist unser NLP Starter Kurs, nämlich in deinem Portfolio. Der ist nämlich gratis. Du hast absolut nichts zu verlieren und ganz viel zu gewinnen. 4,5 Stunden Material, ein Workbook, ein Zertifikat, komplett gratis. Auf den Link klicken findest du unter dem Video und schon bist du dabei. Ich freue mich riesig, dass du das tust. Alles Liebe und bis bald. Alles Liebe und bis bald.